Gibt es keinen anderen Weg für uns Frauen als den des Leides? Diese Frage stellt ein junges Mädchen in einem Dokumentarfilm direkt in die Kamera. Ihre Frage und ihr Schicksal berühren mich, aber was soll ich machen? Nach Bangladesch reisen und versuchen zu helfen? Natürlich nicht. Also umschalten, abstumpfen, es vergessen, wie so oft? Was wäre, wenn ich meinem ersten Gefühl einmal nachginge? Bin ich dann ein verblendeter, privilegierter mit Helfer-Syndrom? Ich mache mich auf den Weg, das Mädchen zu suchen. Aus guten Gründen nichts getan habe ich schon oft genug. Sie sind als Sex-Worker. Ich denke, es war ein Junge. Wo die Menschen von uns gedauert sind, die Menschen bekommen. Die Menschen sind perfekt. Sie werden alle geholfen, werden einfach so gut gehen. Ich habe einen schönen Tag gehört, dass ich einen schönen Tag habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017